Lego Education Story Visualizer Programm Einleitung Willkommen beim Software-Tutorial des Lego Education Story Visualizer Programms. Der für den Unterricht gedachte Lego Education Story Visualizer ist ein Programm, das Grundschülern dabei helfen soll, ihre Ideen auf lineare oder sequenzielle Weise auszudrücken. Die Verwendung des Programms in Kombination mit dem Story Starter Elemente Set ermöglicht es den Schülern, Wörter und Bilder miteinander zu kombinieren, um Probleme beim Erzählen von Geschichten zu lösen, die sie allein mit Wörtern nicht hätten lösen können. Standard Layout Vorlagen Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet man ein neues Projekt und beginnt mit dem Verfassen einer Geschichte. Bevor man anfängt, die Geschichte mit Wörtern und Bildern zu gestalten, muss ein Layout ausgewählt werden. Layout Vorlagen sorgen für den angemessen zeitlichen Verlauf der Geschichten und für eine logische Abfolge der Ideen. Zuerst muss die Seitenorientierung ausgewählt werden. Hochformat, Vertikal oder Querformat, Horizontal. Nach Auswahl der Orientierung kann das Layout ausgewählt werden. Um diesen Vorgang zu erleichtern, bietet das Story Visualizer Layout Vorlagen an. Wer möchte, kann eigene Vorlagen kreieren. Man kann für jede Seite ein anderes Layout oder für das gesamte Projekt ein und dasselbe Layout verwenden. Falls auf einer neuen Seite eine eigene Vorlage angelegt werden soll, klickt man im Bereich Layout auf die Schaltfläche Eigenes Layout. Dann können Formen aus dem Bereich Bibliothek gezogen und in der eigenen Vorlage abgelegt werden. Um Größe und Umriss einer Form zu ändern, darauf klicken und mithilfe der grünen Steuerpunkte anpassen. Auf die Schaltfläche Fertig klicken, um das eigene Layout zu akzeptieren. Sobald auf Fertig geklickt wurde, kann ein eigenes Layout nicht mehr bearbeitet werden. Bilder Bilder sind ein wichtiges Hilfsmittel, das Schülern beim Verfassen ihrer Geschichte verwenden. Um ein Bild zum Projekt hinzufügen zu können, muss es erst in die Bibliothek Bild importiert werden. Dazu klickt man auf die Schaltfläche Bild importieren und durchsucht die Festplatte des PCs nach gespeichertem Bildmaterial. Das Story Visualizer Programm filtert den Inhalt der Festplatte und zeigt nur die von der Software unterstützten GPX- oder PNG-Bilddateien an. Um ein Bild zu verwenden, sieht man es aus der Bibliothek Bild und legt es im Arbeitsbereich ab. Das Bild kann innerhalb der Vorlage hin und her bewegt werden. Um ein importiertes Bild zu löschen, klickt man auf das Kontrollkästchen und anschließend auf die Schaltfläche Löschen. Importierte Bilder können nur dann aus der Bibliothek gelöscht werden, wenn sie nicht im Projekt verwendet werden. Mithilfe der Schaltfläche Effekte können eine Reihe von Effekten auf ein existierendes Bild angewendet werden. Wenn man auf die Schaltfläche klickt, erscheint ein Pub-Up-Menü mit einer Reihe von Bildbearbeitungsfunktionen. Das Story Visualizer Programm umfasst Hintergrundbilder, die zur Geschichte hinzugefügt werden können. Diese repräsentieren unterschiedliche Handlungsorte, an denen die Geschichte stattfinden könnte. Um darauf zuzugreifen, klickt man in der Bibliothek Bild auf die Schaltfläche Hintergrundbilder. Dann zieht man den gewünschten Hintergrund in die Geschichte und legt ihn dort ab. Da wir den Hintergrund an zweiter Stelle hinzufügen, bedeckt er das erste Bild, man kann ihn jedoch mithilfe der Schaltfläche nach hinten hinter das Bild bewegen. Um Farbe und Helligkeit des Hintergrundbildes zu verändern, klickt man auf die Schaltfläche Effekte. Das Programm umfasst ebenfalls Clipart-Bilder, die verwendet werden können, um Requisiten und zusätzliche Details zum Hintergrund hinzuzufügen oder eine Handlung in der Geschichte besonders hervorzuheben. Dann zieht man im Bereich Bibliothek auf das Register Clipart und zieht den gewünschten Teil an die gewünschte Stelle und legt es dort ab. Text Text ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte der Schüler. Er ermöglicht es ihnen, ihre Gedehnen und Gedanken auf klare und prägnante Weise auszudrücken und zu vermitteln. Um Text zur Geschichte hinzuzufügen, klickt man im Bereich Bibliothek auf das Register Text. Dann zieht man eine Sprechblase oder ein Textfeld in den Arbeitsbereich und legt sie bzw. ihn dort ab. Im Feld doppelklicken, um den Text zu bearbeiten. Die Größe der Sprechblase und des Textfeldes reguliert sich automatisch je nach Textmenge. Sprechblasen können an jede beliebige Stelle innerhalb des Arbeitsbereichs verschoben werden. Um den Sprechblasenanzeiger neu zu positionieren, bewegt man den Mauszeiger ans Ende des Zipfels und zieht den grünen Steuerpunkt an die gewünschte Stelle. Man kann auch den Bereich Texteigenschaften verwenden, um das Textfeld zu rotieren oder um Größe, Schriftart, Farbe und Satzausrichtung des Textes zu ändern. Bildmaskieren Das Maskieren eines Bildes ist eine Funktion des Story-Visualizer-Programms, die es dem Schüler ermöglicht, den Hintergrund eines Bildes zu entfernen, um dem Bild ein klareres Erscheinungsbild zu verleihen. Durch die Verwendung eines Bildes, dessen Hintergrund entfernt wurde, lassen sich Objekte aus den Fotografien so darstellen, als wären sie in den Hintergrundbildern der Szene in der Geschichte vorhanden. So passen die Fotografien besser in den Kontext der Geschichte, die verfasst wird. Man wählt das Bild, das maskiert werden soll, aus und klickt auf die Scheitfläche Radieren, um auf die Bildradierungswertzeuge zuzugreifen. Der Radierer kann verwendet werden, um Teile eines Bildes einschließlich des Hintergrunds zu entfernen. Größe und Härte des Radierers lassen sich mithilfe des Schiebereglers unten im Dialogfeld Radieren anpassen. Bild aufnehmen Außer den Bildern, die sich auf der Festplatte des PCs befinden, ermöglicht das Story-Visualizer-Programm es auch, Bilder direkt von einer externen oder eingebauten Webcam zu erfassen. Dazu klickt man auf die Scheitfläche Bild aufnehmen im oberen Menü. Wenn man zum ersten Mal auf die Scheitfläche Bild aufnehmen klickt, sucht das Story-Visualizer-Programm nach einer verfügbaren Webcam, die an den Computer angeschlossen ist. Man klickt im Dialogfenster auf die Scheitfläche Erlauben, um der Software zu genehmigen, alle verfügbaren Webcams zu lokalisieren. Um mit der ausgewählten Kamera ein Bild zu machen, klickt man auf die Scheitfläche Kamera. So macht man ein Foto mit der ausgewählten Kamera und nimmt das Bild in die Bibliothek Bild auf. Man zieht das gewünschte Bild in die Geschichte und legt es dort ab. Und mithilfe der Scheitfläche Effekte ändert man die Erscheinung des Bildes. Andere Bildgeräte Außer der Aufnahme von Bildern mithilfe einer Webcam ermöglicht das Story-Visualizer-Programm es auch, Bilder von einer Digitalkamera, einem Smartphone oder einem Mobiltelefon mit eingebauter Kamera zu erfassen. Dazu macht man zuerst ein Foto mit einer Kamera oder einem anderen Gerät. Dann schließt man das Gerät an dem PC an. Man kopiert das Bild vom Gerät auf die Festplatte des PCs. Dann klickt man auf die Scheitfläche Bild importieren und durchsucht den Ordner, in dem sich die Bilddatei befindet. Man wählt das Bild aus, das daraufhin in der Bibliothek Bild erscheint. Man zieht das gewünschte Bild in die Geschichte, legt es dort ab und verwendet die Scheitfläche Effekte, um die Erscheinung des Bildes zu ändern. Bis zum nächsten Mal.